jetzt spielen wir mit einer der besten mission und zwar die similionomie jetzt wird gefögelt geflogen da war ich gerade dran ein bisschen das fliege müssen wir weniger und dann habe ich keine ahnung ich habe es immer mal gemacht so das sagst du was wenn ja auch weil der ist so einiges schon länger her ich hätte das höchste ausziehe dann sieht das aus wie das kevin oder die federmäuse rauskommen und er soll mit der mit der mit der mit der heckgeschäre aber freischneiden müssen da bloß dass keff nicht die heckenschere sondern seinen mund nimmt und sich freikaut ich mag es nicht so fälzig da kann ich halten joghurt essen kommt das gleiche raus so schwer zielfahrzeug hier hier an der stelle hatten auch einen der besten kleinen kriege ja ich erinnere mich ok ich hatte mich ohne aktion was ich hatte die mission mit der kohle an aktion dass wir aus dem fahrer und für seine fliege in flutzer klauen müssen das was du meinst mit rein fliegen das ist story mission das ist gut und mit ja das weiß ich schon mit dem spiel hat sagt ja ich hätte das an erinnerung dass wir das hier auch machen müssen dann der zu fahren so was hatten wir noch nie wir haben eine coole mission da muss das doch ich bin ich habe die story geblägt durchgelegt ich habe die starke jetzt bleibt ich habe hier kommt auf einem youtube kanal fast 100 prozent also sind nur ein paar kleine mini mission ist aber der größte teils gemacht so glaube ich nur welche zufallsmission sehe ich die noch fehlen aber sonst ist die fast 100 prozent durch die habe ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ok bis elektron reicher sein erinnerung immer noch ja auf die mission hat sich kev so gefreut ja fertig die paar leute die heute geschossen haben weil ich geschossen war oder 16.000 haben sie die 5,7 millionen die das wenn da haben wollte genau die schwere last das erinnere ich mich ja die sind wir bei crazy 5 youtube losgeworden schwere lasst was egal so und nein damit meine ich nicht ich weiß nicht genau was jetzt meinst wo der wo der bezug jetzt drauf war ja dann finde einen cargo war ich habe ja flug auf das könnte mir fast vorstellen aber ich glaube da war irgendwas dass der kann da ist der will dann muss man zum zum militärflugplatz erzieht ihr da noch tatsächlich ok 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 So, die letzte Faktor. So, die werden ja nicht irgendwie zu Fuß rein oder was auch immer. Ja, bei einigen ging das, bei einigen brauchst du den Helikopter, um den rauszuholen. Ja, ja. Ja, das Gefühl habe ich auch hier morgen. Da brauche ich auch einen Helikopter, um was rauszuholen. Du kannst ja mal versuchen, ob du den dort links so rauskriegst oder ob ich dich raushebe. Ja, ich glaube bei dem musstest du mich rausheben. Da ging das Tor nicht auf. Nein, ich kann es versuchen, aber ich meine mich zu erinnern, dass da irgendwie was... Geh doch erstmal rein und gucke, sonst leg ich dich raus. Ja, das ist gut. Probiert. Also ich verspreche, dass er so zudem geht, aber... Ich war gerade kurz, dass irgendwo ein Gegner ist. Da. Kommt auch nicht zu. Ja, war der. Probier mal, ob ich den jetzt rauskriege, den tiefen Haken. Ich meine mich zu erinnern, dass er... Ja, ich brauche keinen starken Haken. Und dann komm hierher. Du musst mich durch die Straße heben, also einfach über das Tor. Ja, ja. Ich bin da. Ein Stück weiter rechts, ein Stück weiter rechts. Ja, ja, warte mal, warte mal. Das war hier immer so tricky mit dem dranhakeln. Also ich meine, ich würde es nicht besser hinkriegen, sagen wir es mal so. Ah, die Kamera, Alter. Warte, warte. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja, passt. Alles gut. Alles gut. Es hat funktioniert. Ich bin da. Dann. weil sich die gut beste methode aber es hat funktioniert wenn ich habe es schon das zweite auto das gemacht einfach nur fall das zum freien bringen scheiß mpc warum musst du ausgerechnet jetzt abbiegen ich bin gerade über von mpc geflogen weil fahrzeug war der genau im moment abgewogen jetzt aber glück gehabt heute kann ich für den richtigen stellen das war der heli oder was ja das problem ist einfach gleichzeitig dass den helikopter gerade halten und in haken im auge bald ich stehe ernsthaft mit der scheißkarre zu weit hinten so ich hatte schon mal abgeliefert ich habe gerade ist jetzt gerade im steuer des zweiten autos welches c war das gut da fahrzeug ich hoffe dass er so der helikopter sich die kraus und links rauskriege sonst muss ich jetzt nicht versuchen im auto wenn man heli oder zu organisieren das wäre jetzt ein bisschen blöde das ist ja der wo der sporn kann das nämlich die mission ein bisschen die länge ziehen das problem ist halt auch gerade bei der mission dass die plätze wo die stehen hat auch so scheiße englisch ja ich habe jetzt aber die schon wenn ich die lösung zum militärflugplatz zu fahren um einen heli zu haben den cargo war zu organisieren so der nächste steht am golfplatz wie das aussieht oder dahinter ja es geht eigentlich nur darum dass das tor auf sein muss alles anders okay weil das gut dass wir die angeteilt also muss es noch eingehen okay geht's oder nicht weiß ich nicht noch nicht ich glaube ich habe ich hier auch noch einen platz wenn du mich sicher ausgehen kann ich befürchte nicht dann warte dort und ich komme dann ich hoffe dass ich dann nicht wieder abstürze heute doch der karte der heli angezeigt ich bin ich ja gerade auf dem weg ich bin hier hinten rauskomme normalerweise kommt es doch hinten rein hier werde ich nicht mit dem auto durchkommen ist keine möglichkeit also hier zumindest keine freund präsenz klar dass so ich dachte das ist klar dass so ich wollte dieses Nein, wir brauchen einen Heli, ok. Bist du A oder B? A. Ich denke mal, die werden alle irgendwie mit dem Heli rauszuheben sein, der wird nicht umsonst da irgendwo sparen. Ich denke mal, dass die Tore, klar, dass die Tore nicht aufgehen, weil aus dem Heli nicht. Das ist doch so eine Pikmin-Fox-Mission, einfach ein paar Autos zu organisieren. Die Gegner ist ja keiner. Da bist du. Da bist du. Ich komme, ich kann das Auto ja bei... Ja, ne, komm. Oh, der Lack. So. Ich glaube, das war sogar das Auto. Ne, war das das B-Auto? Ein Rundes Auto habe ich als Fammeltel genommen. Ich glaube, das war ein grünes Auto. Da kann ich mich nicht erinnern. Willst du selber fahren? Nein, du hast mich jetzt schon am Haken. Dann kannst du dich auch zum Parkhaus bringen. Alles gut. Nein, ich leide, du traust dazu, den letzten Wagen mit dem Heli zu holen. Ja, ich weiß aber nicht, wo der Spieler steht, was ist das halt? Wo ist das? Genau. Ja, ihr seid nichts. Hände, du hast du gesehen. Ich denke, du hast dann keinen Sinn. Denn ich bin. Ich bin. Du hast du gesehen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. du lässt mich jetzt hier nicht los, du weißt, wie das bei uns enden kann ich hoffe das hat gepasst ja ja alles gut funktioniert wenn du mich jetzt noch mitnehmen würde mit dem heli dann könnte ich das könnte ich das jetzt aufziehen also warten müssen ich weiß nicht ob der wirklich ich habe mich richtig findet in der garage stand also ich wollte habe ich gerade warum hier so kräftig geschossen wird aber hier drückt der schießstand ist sie drin ja ja das passt So... Na halt, der steht hier im Organ. das ist genau das was ich meine, den hättest du niemals alleine aus der Ecke daraus bekommen am besten wäre es wenn du hier rüber fährst wo der Steinweg ist der Haken unten ja ja der ist unten du musst eigentlich du hättest du gerade zurück ja gut es ist nicht so einfach ich kann es selber nicht ich kann es nicht so einfach aber mehr und die Ecke Untertitelung des ZDF, 2020 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 so ich bin ich so gemacht 300 fast 4.300 30.000 hat sich in wie sie gelohnt ich weiß ich lange sind die dinger aktiv bis donnerstag jeden donnerstag wechselt das event woche bis donnerstag und dann ist neue event woche dann ist heute feierabend und dann gibt es in der nächsten aufnahme wieder weiter ob bei dem zeug ist hier oder mit was anderes ist noch nicht